Hallo und guten Morgen meine Damen und Herren, wir haben heute den 11.10.2019 und wir haben jetzt 85, also früher morgen noch. Ich begrüße Sie auf dem Kanal Rovido Basida für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. So zumindest der Anspruch hier. Ob das denn immer im Detail eingehalten werden kann, lassen wir mal offen. Da wollen wir mal großzügig sein. Ja, ansonsten geht es auf diesem Kanal darum, die Transformation in die digitale Gesellschaft in der Wendezeit, in der wir alle leben, hier bei mir zu dokumentieren, festzuhalten und zu überprüfen, wie weit ich jetzt als Baby-Boomer da noch daran partizipiere und wie ich das aufnehme und ob ich da noch mitmachen kann und wie weit und wo ich da Defizite habe und so weiter. Ich muss ehrlich sagen, dass die Begeisterung da schon nachgelassen hat. Die war am Anfang der 48 Jahre digitaler Begleitung, sage ich mal, lässt das nach, die Begeisterung. Ich habe 1981 meinen ersten Computer gehabt, so einen Homecomputer, ZX81 nannte, der sich, das war so ein besserer Taschenrechner und ich konnte damit nicht umgehen. Und das dauerte und dauerte, bis ich da endlich auf den Zeitschriften da was abgeteckt hatte, dass das Gerät etwas machte. Ja, und dann löste sozusagen ein Gerät das andere ab, nachdem ich erstmal herausgefunden habe, dass ich da sozusagen mein Macho befrieden kann. Also ich als Dominator befähle dem Computer, mach das, mach das und der macht das dann auch. Das fand ich ganz großartig und das steckt wohl auch so damit dahinter. Ja, im Übrigen heute gibt es wieder, ach so, außerdem möchte ich auch noch überprüfen, Sie kennen vielleicht Manfred Spitzer, der hat ja so einen Zusammenhang hergestellt zwischen dem Dementen und dem Digitalen. Ich möchte ja auch gleichzeitig noch so ein bisschen abschrecken, ob ich jetzt mehr so in Richtung des Dementen oder mehr in das zum Homo Digitales mich entwickle. Ich vermute eher ein letzteres, aber okay, das kann passieren und das schaue ich mir dann auch so an. Und das kann man auch gut machen mit den Videos. Ja, heute gibt es wieder fünf Themen, also Onlife, zweitens Gesundheit, drittens Ernährung, Diät, viertens Lektüre und fünftens Medien. Ja, fangen wir an mit dem Onlife. Also gestern habe ich sechs Videos gemacht und damit bin ich auf 70 Stück gekommen. In den ersten zehn Tagen des Oktobers. Ja, 70 Stück mal drei wären dann eine Monatsleistung von 210. Aber über 200, das wäre natürlich immer eine Marke, eine Ansage. Ich glaube, ich habe in diesem Jahr erst in einem Monat es geschafft, über 200 zu kommen. Ich glaube, in Juli. Juli ist immer mein stärkster Monat. Wahrscheinlich wegen der Hitze oder so, wo man da nichts anderes machen kann. Oder ja. Also. Also sechs Videos gestern. Natürlich wieder nichts Besonderes. So Brot- und Butter-Videos. So meine üblichen Müll-Videos, sag ich mal. Wieder mit Musik, mit Ton und so weiter. Ja, gestern habe ich also herausgefunden, dass also, ich dachte ich schon mal, dass die Renderzeit mich ja nervt. Und die Renderzeit ist also bei Vegas Pro 14 um den Faktor 7. Also wenn ich zehn Minuten aufnehme, dann brauche ich siebenmal zehn Zeit für, um das zu erinnern. 70 Minuten. Bei 20 Minuten, 30 Minuten können sich ausrechnen. Und das hier, das Dessalwater sind immer so 20, 30 Minuten. Und das haut dann schon ganz schön rein ins Zeitpolster. Ja, dann habe ich gestern ausprobiert, der Adobe Premiere Elements. Der braucht also 3,3 ungefähr. Den Faktor 3,3, also zehn Minuten. Rendert der in 30, 33 Minuten. Und mein absoluter Top-Favorit, den ich bisher ja auch schon ausgemacht hatte. Das ist also der Movie Maker. Und der schafft das in 1,1. Also ungefähr der Faktor 1. Also unglaublich. Ich weiß nicht, wie die das machen. Irgendwie wird dann die Grafikkarte optimal ausgenutzt. Oder vorher waren die ja natürlich auch schon gut. Der hatte ja vorher auch schon mit der internen Grafikeinheit arbeitete der auch schon sehr gut. Und die haben da einen besonderen kurzen Zugang, den die anderen Hersteller dann nicht haben. Zu dem Windows Betriebssystem. Irgendwie so einen kurzen Zugriff, dass sie dann direkt auf die Einheiten zugreifen können. Jedenfalls ist Movie Maker quasi der beste, der beste Renderer hier. Und wenn ich das so genau überlege, viel besser können eigentlich die anderen nicht sein. Also gestern habe ich eine Riesendatei. Nein, gestern doch. Gestern habe ich mit Adobe Premiere, glaube ich, habe ich gestern die große Datei gemacht. Ich mache hier also mit verschiedenen Geräten Aufnahmen. Und die EOS zum Beispiel, die produziert Move Dateien. Und diese Move Dateien, die sind riesig. Also gestern hatte ich eine, die hatte 8 GB. Und diese 8 GB mit 38 Minuten wurden aber so in 40, 45 Minuten, in 45 Minuten fast gerendert. Deswegen die 1,1. Und anschließend habe ich noch eine kleinere Datei gemacht. Eine Smoothie Datei. Die hat aber nur 8 Minuten. Und der war auch de facto 1,1. Also besser wie 1 geht der schon gefasst. Gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob jetzt ein neuer Prozessor zum Beispiel so reisen oder so. Ob der jetzt das hier sensationell verkutzt. Weil alle reden nur von vielen Prozessionen und vielen Kernen und so. Es mag sein, dass es vielleicht den Programmen da von dem Programm wie Vegas und so weiter hilft. Aber dem Movie Maker hilft das wahrscheinlich nicht. Und wenn, dann müsste der ja noch kürzer sein. Wenn, dann brauche ich ja dann noch weniger Zeit. Dann brauche ich noch unter 1 oder wie? Könnte sein, dass ich dann vielleicht unter 1 bin. Vorausgesetzt natürlich, der Movie Maker, der kommt mit den vielen Kernen überhaupt zurecht. Also momentan habe ich ja 8 Kerne. 4 Kerne, 4 richtige. Also 4 logische. Und dann nochmal 4, ja, Set gerne oder die Threads da. Auch nochmal 4, sind also 8. Aber eigentlich habe ich nur 4 Prozessoren, logische. Und nicht jedes Programm kommt jetzt mit so vielen Prozessoren klar. Es könnte dann sein, dass vielleicht der Movie Maker sogar langsamer wird. Glaube ich nicht, aber jedenfalls mit dem A8 läuft der super drauf. Und weil das bei 45 TdW mein energiesparsames System schlägt hier alle Rekorde. Das hätte ich so nicht gedacht. Ja, dann zweiter Punkt bei Unlife. Ich habe hier schon seit längerem so den Spleen hier im Kopf. Ein Spleen, das ist immer so ein Wurm, der dreht sich, der bohrt sich ins Hirn rein. Und dann krabbelt er rum und der lässt er auch keine Ruhe. Also der Wurm heißt hier Streaming. Und also ich wollte auch nochmal versuchen, ob ich mal im Alter das noch hinbekomme, damit ich streamen. Und jetzt habe ich eine Grafikkarte und die soll ja auch streamen können. Und das habe ich gestern versucht auszuprobieren. Aber ich schaltete quasi an der Hürde dabei bei YouTube. Und zwar habe ich da mich dann nicht richtig verstanden, wie die das wollen. Wie die so eine Live-Veranstaltung, wie die das organisieren. Also was ich bisher so gesehen habe, ist also, dass du so ein Ticket brauchst für eine Live-Veranstaltung. Und dieses Ticket musst du dann anmelden mit dem Postwort und so weiter. Und erst wenn du das gemacht hast, dann kannst du, dann kannst du dein Stream hochschicken. Weil gestern sagte der hier, dass keine Daten da wären. Weil ich war jetzt irritiert. Ich habe also bei der Grafikkarte da den Zugang für YouTube-Konto gegeben. Und dachte, dass er sich dann den Rest holt. Macht er aber nicht. Sondern den Rest muss ich dann noch separat anteilen. Den muss ich also erst mal, ich muss also erst in YouTube eine Live-Veranstaltung anmelden. Oder Bescheid sagen, dass ich das jetzt machen möchte. Und dann kommt da der Code rein und so weiter. Und dann, es wird er wahrscheinlich abgehen. Also gestern ging auch irgendwas ab. Also nur mein Titelbild, glaube ich. Und dieses, also ich habe da gestern zwei Versuche gemacht. Und kurz hintereinander. Und davon ist ja quasi nur das Deckblatt. Nur das Deckblatt ist übertragen worden. Und bei Tupadi konnte ich dann sehen, aha, ich habe da zwei Versuche gehabt. Das waren zwar zwei Null-Videos sozusagen. Die bestanden dann nur aus dem Deckblatt. Also das hat schon mal funktioniert. Dann werden wir heute weiter daran arbeiten. Vielleicht bekomme ich dann heute das nochmal hin. Also das ist der zweite Zugang. Ich habe schon mal was gemacht hier mit dem Tablet. Da habe ich einige Sachen hochgeladen. Streaming-Versuche gemacht. Aber da habe ich noch keine schnelle Leitung gehabt. Jetzt mit der schnellen Leitung müsste das eigentlich kein Problem sein, das auch in einer hoheren Auflösung zu streamen. Ja, aber das ist ja nicht das Ziel. Ich möchte ja mit dem Hauptrechner ins Internet und einen Livestream machen. Und da habe ich dann noch die Webkamera. Und vielleicht mache ich noch ein Spielchen im Hintergrund. Muss ich mal sehen. Vielleicht komme ich dann heute endlich mal ins Livestream-Land. Oder wie soll man das nennen? Was sage ich denn da, wenn ich dann da bin? Ich bin gelandet oder ein großer Tag für die Menschheit oder wie ein kleiner Schritt für. Bei Bescheid war ich immer der Meinung, dass ich da unheimliche Ressourcen brauche, um das zu realisieren. Aber jetzt durch die Grafikkarte, dadurch, dass sie also das aufnimmt und das abspeichert und dann auch noch streamt, das sollte man Prozesse vielleicht schaffen können. Ich weiß nicht, auf welche Auflösung. Und viele Sachen sagen mir auch noch nichts. Der MPS und so als spanische Dörfer. Aber das kommt noch. Ich muss jetzt mal einen Kopf da haben und so und dann sehen, wie das geht. Und der Rest findet sich dann. Dann muss man das ausprobieren. Bis man dann so eine optimale Qualität hat und so. Ja, das sind also hier die Beschäftigung im Alter, in der Rente bei, ja, um an der digitalen Gesellschaft zu partizipieren. Ich meine, da ist kein großer Unterschied. Ich mache ja bisher eigentlich auch Live-Videos und rede kontrolliert. Also meistens zumindest und enthalte mich hier allen radikalen oder diffamierenden Ansichten. Ja, Punkt Nummer 2, Gesundheit. Ja, Gesundheit kam gestern ein neues Mernot dazu und zwar der linke Fuß und zwar der am Spannen. Der kann nicht auf einmal nicht auftreten. Der ist so dick geschwollen und der schmerzt. Und das heißt, da gleichzeitig ich kaum gehen kann. Allein da ist dann irgendein Knöschelchen oder was, das da verrutscht ist. Und jedenfalls kann ich damit kaum gehen. Ich hatte schon mal sowas mit dem Fersensporn. Das war auch sehr übel. Das war aber mit dem anderen Fuß. Jetzt habe ich quasi am Spannen. Und ja, Maßnahmen. Ich hätte damals für den Fersensporn hier mir so einen Stützstrumpf hier gekauft, der dann so übergezogen wird. Den werde ich gleich mal anziehen und mal probieren, ob das damit besser wird. Ob ich damit zumindest bis zum Discounter rübergekommen kann. Und ähm, weil ich muss heute noch einkaufen, ich brauche heute noch Bananen und so weiter. Ja, okay, das war das. Gesundheit, zweitens, drittens Ernährung. Ja, Smoothie habe ich heute schon gemacht. Der ist hier. Ähm. Pornometer noch nicht. Kommt noch. Und ähm. Ja, Punkt 4 Lektüre habe ich gestern wieder gelesen in meinem Studienbrief. Kapitel 1. Und ich habe auch zwei Mindmaps gemacht zum Studienbrief. Also gestern Studienarbeit. Endlich. Endlich. Studienarbeit. Und zwar noch nicht richtig ernsthaft, aber es kommt dem schon nahe. Und ähm. Ja, fünfter Punkt sind also Medien. Habe ich gestern gar keine gesehen. Nicht mal Nachrichten. Kein Fernseher. Kein Netflix. Kein gar nichts. Dafür habe ich viel geschlafen. Ich war schon um 20.30 Uhr habe ich schon geschlafen. Und ähm. Ja, nachts um. Um 1, 2 war ich schon beim ersten Mal wach. Und dann. 3 nochmal. Und um 4 bin ich dann aufgestanden. Ich weiß nicht, ob das jetzt reicht. Ich möchte unbedingt wieder in den Frühjahr-Rhythmus reinkommen. Und ähm. Das versuche ich jetzt schon seit ein paar Wochen. Ja, okay Leute. Wir haben jetzt halb 8. Ich sag mal, tschüss, macht's gut und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich sag mal, tschüss.